Danke, danke Hagen, scheint zu passen. Hallo Leipzig, ich hoffe euch geht es noch gut. Mein Name ist Holger Fröner, der Hagen habe ich ja schon gerade vorgestellt, bin 2006 als Autor der Jahrhundertlüge im deutschsprachigen Raum recht bekannt geworden, später durch einige andere Bücher auch, die sich kritisch mit unseren Lebensumständen auseinandersetzen. Und weil ich demzufolge besser schreiben als reden kann, habe ich mir erlaubt mal ein paar Stichpunkte zu machen, beziehungsweise das, was ich sage, in Schriftform mitzubringen. Der Glaube ist eine starke Angelegenheit. Als wir noch Kinder waren, da glaubten wir an den Weihnachtsmann. Wir hielten dafür durch unser Umfeld alle wichtigen Informationen, die für unseren unerschütterlichen Glauben nötig waren und welche wir natürlich am Nordpol nicht überprüfen konnten. Also verteidigten wir diese Wahrheit vehement gegen jeden Ungläubigen. In der Schule glaubten wir an die unveränderbaren Wahrheiten, die uns in verschiedenen Fächern vermittelt wurden. Auch die Vorkommnisse der Geschichte glaubten wir, da wir die Informationen, die uns als Tatsachen erklärt wurden, wieder nicht nachprüfen konnten. Und wir lernten neben diesen vermeintlichen Tatsachen noch andere wichtige Dinge für unser Leben, nämlich zu funktionieren. Später wollten wir informiert sein, lasen Zeitungen und schauten Nachrichten. Und weil es in unserem Leben immer so gut funktionierte und wir immer mit allem, was wir wissen mussten, versorgt wurden, hatten wir uns schon so sehr daran gewöhnt, dass wir nicht auf die Idee kamen, etwas zu hinterfragen. Im Gegenteil, die Nachrichten über die Welt wurden ungeprüft zu unserer Realität. Und nun sind wir angekommen in einer Welt, die wir zu kennen glauben. Alle sind informiert, jeder weiß über alles Bescheid. Und jeden, der es auch nur ansatzweise wagt, etwas vom offiziellen Mainstream anzuzweifeln, halten wir entweder für rechts oder links einen Terroristen oder einfach für einen Verschwörungstheoretiker. Ja, wir haben es gut in unserer Welt. Auf alle Fragen gibt es im Fernsehprogramm passende Antworten. Wir können uns also ruhig zurücklehnen und zur nächsten Unterhaltungssendung umschalten. Für Gesprächsthemen wird gesorgt. Und so leben wir in dem für uns vorgesehenen Rahmen und glauben fest, dass alles in Ordnung ist. Der Glaube ist eine so einfache Angelegenheit. Und während der Großteil unserer Mitmenschen das eigenständige Denken innerhalb der gerade geschilderten Situation längst aufgegeben hat und nur noch roboterhaft die fortwährend eingepflanzten Fehlinformationen nachplappert, erwachen andere und erkennen, dass etwas schiefläuft in unserem Land. Und nicht nur hier. Die Medien berichten über konstruierte Wirklichkeiten. Man hat das Gefühl, die eigene Realität kommt in den Zeitungen und Fernsehsendungen immer weniger vor. Politik wird nicht nur für Menschen, sondern für ein Finanzsystem und Großkonzerne gemacht, deren Wert für die Verantwortlichen in der Politik weit über dem Schutz der Menschenwürde steht. Immer wieder wird auch mal zu einem neuen Krieg geblasen. Diesmal muss unsere Freiheit, die in den letzten Jahren immer weiter eingeschränkt wurde und die vor lauter Überwachung diesen Namen gar nicht mehr verdient, nicht mehr im Hindukusch, sondern in der Ukraine verteidigt werden. Und diejenigen, die dies alles immer besser erkennen, die aufstehen und sich sagen, dass das alles nicht mehr länger einfach so hingenommen werden kann und beginnen etwas dagegen zu tun, während es dem Großteil unserer Mitmenschen derzeit wichtiger ist, mit bunten Fähnchen ein paar Millionären beim Spielen zuzuwinken. Diejenigen sind die wahren Vorbilder unserer Nation. Ihr alle seid das. Und wir erkennen zusammen, dass wir heute in einem völlig entfesselten Kapitalismus mit allen seinen menschenverachtenden Facetten leben, denen uns die Politik als soziale Marktwirtschaft verkauft und von dessen Wahrheiten uns die Medien immer wieder abzulenken versuchen. Bei einem Großteil unserer Mitmenschen funktioniert das leider immer noch zu perfekt. Während der einem zynischen Realismus verfallene Gutmensch sich einbildet, das aufgeklärteste Wesen der Welt zu sein, lässt er nahezu alles mit sich machen, nimmt die unglaublichsten Zumutungen fatalistischer hin als ein orientalischer Mystiker und lässt sich größer in unseren Einreden als ein mittelalterlicher Bauer. Weil er jeden Maßstab verloren hat, kann er schwarz und weiß nicht mehr unterscheiden. Und ob ihm etwas wehtut, muss er den Diagnosen von Experten oder der Statistik entnehmen. Erst dieser komplette, seiner kritischen Vernunft beraubte und entmündigte Einfallspinsel ist reif für eine flächendeckte Marktwirtschaft, an deren Gesetze er glauben darf, wie einst der Gläubige an die Realexistenz von Hölle und Fegefeuer. Die Selbstzensur des kapitalistischen Menschen, die wirksamer ist als jede Polizeibehörde, hat zum Ende des kritischen Denkens geführt. Und so erklären die Medien ihm fortwährend, was er wie, wo und wann zu sagen hat, von wem er was und was er sich zu distanzieren und mit wem er sich zu verbinden hat. Sie wiederholen das, was sie seit Jahrzehnten Stereotyp wiederholen und was ganz offensichtlich keinen Deut an gesellschaftlicher Änderung herbeigeführt hat, sonst würden wir nicht zu tief in einem neoliberalen Sumpf feststecken, wie wir es gerade tun. Aber statt darüber nachzudenken, warum es trotz einer linken Mehrheit in der Bevölkerung keine einflussreiche linke Bewegung gibt, denunziert man jeden, der selbst aktiv wird. So gräbt man gesellschaftlicher Veränderung das Wasser ab und stabilisiert das, wogegen man zu sein vorgibt. Wehret den Anfängen mag für Kritiker der Slogan sein, aber wenn er unterschiedslos allen Anfängen wehrt, dann bleibt es eben auch für alle Zeiten gleich. Und auch ich musste mir in dieser Situation die Frage stellen, was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt die Augen verschließen vor den Verschwörungen, die weltweit zu beobachten sind, mir die Ohren zuhalten und schweigen über das, was mich wirklich bewegt? Darf ich meine Heimat nicht mehr lieben? Darf ich nicht mehr aufrecht und selbstbewusst meine Rechte und die meiner Mitmenschen einfordern? Darf ich die amerikanische und deutsche Regierung nicht kritisieren und in Frage stellen? Muss ich jeden Satz beginnen mit, ich distanziere mich von, ich sage nein, das muss ich nicht. Ich bin ein freier, reflektierter und starker Mensch, der seinen bescheidenen Beitrag dazu leisten möchte, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich will, dass diese Bewegung erfolgreich ist. Das ist ungeheuer wichtig für uns und die ganze Welt. Ich glaube, wir ahnen kaum, wie wichtig das ist. Und wir werden erfolgreich sein, weil jetzt die Zeit für den Wandel gekommen ist. Es wird alles gut und alle Differenzen, die jetzt noch unüberwindlich scheinen, werden sich bald im Wohlgefallen auflösen. Es ist jetzt einfach an der Zeit. Doch denke ich da nicht viel zu positiv? Wo doch gerade die Besucherzahlen der Montagsdemos rückläufig sind? Wo genau diese Entwicklung gerade vor ein paar Tagen dazu führte, dass Politikvertreter in den Medien schon äußerten, dass die Montagsdemonstrationen schon ihren Zenit überschritten hätten, die Sache wohl nicht mehr lange andauern würde? Und man sich schon bereit machen müsse, die fehlgeleiteten Bürger wieder in die Gesellschaft zu integrieren? Wollen wir dieses Vorlocken unserer Herren einfach widerstandslos hinnehmen? Wollen wir jetzt einfach so aufgeben und uns die Initiative wieder aus der Hand nehmen lassen, wie dies zum Beispiel bei Occupy 1 der Fall war? Ich sage ganz klar, das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Und wenn wir uns darin einig sind, dann müssen wir auch konsequent sein und gemeinsam viel mehr tun. Wir dürfen nicht aufhören, auf die Straße zu gehen und wir müssen viel mehr Menschen informieren und motivieren, dasselbe zu tun. Ich weiß, dass es schwer ist und viele von Ihnen einen festen Glauben haben, an eine freie Marktwirtschaft, an die Notwendigkeit und den Nutzen der Globalisierung und der EU und auch daran, dass die Demokratie durch den Überfall souveräner Staaten durch die NATO gegen den Terrorismus geschützt werden muss. Wir wissen, dass diese Wahrheiten, die hinter diesem unerschütterlichen Glauben fast unsichtbar werden, Kapitalismus, Imperialismus, Autokratie und Kriegstreiberei heißen. Wir stehen heute hier und jeden Montag wieder in weit über 100 Städten, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen und sie endlich zu überwinden. Zuerst müssen wir doch den unerschütterlichen Glauben der Menschen überwinden, die der Propaganda seit Jahrzehnten ausgesetzt sind und schon lange nichts mehr kritisch hinterfragen. Sie gehen zu Wahlveranstaltungen und glauben, dass sie tatsächlich irgendeine Wahl hätten und irgendetwas beeinflussen können. Dabei können sie bestenfalls beeinflussen, wer sie unterdrückt und nicht, ob es einer tut. Und sie glauben, dass die Kriegseinsätze in Äthiopien, Eritrea, Kambodscha, Afghanistan, Somalia, Usbekistan, Osttimor, Bosnien und Herzegowina, Mosambik, Georgien, im Golf von Aden, am Horn von Afrika, Djibouti, Indonesien, Kuwait, im Kosovo, Mazedonien, Sudan, Kenia, Irak und Uganda, um nur die wichtigsten Einsatzorte der Bundeswehr zu nennen, humanitären Zielen dienen. Dabei werden dort auch von deutschen Soldaten Unschuldige getötet. Nachrichten über solche Vorfälle, wenn sie überhaupt einmal vorkommen, nehmen die Menschen emotionslos hin, weil dieser Zustand mittlerweile zu einer Normalität geworden ist. Doch wieso kommt es immer wieder zu Kriegen? Wenn man von Ursache und Folge spricht, sollte man genau hinschauen, wer für all die Kriege verantwortlich ist. Wollen die Völker vielleicht Kriege? Nein, sie werden manipuliert durch lobbygesteuerte Massenmedien und wiederkehrende Lügen aufeinander gehetzt. Durch diese wurde ein arabischer Frühling genauso inszeniert wie jetzt der Krisenherd Ukraine. Und wer sind die Drahtzieher, die schließlich auch von den Kriegen profitieren? Sind es nicht dieselben, die uns mit Pestiziden, Gentechnik, Atomhilfe und Aspartam vergiften und sich dabei dumm und dämlich verdienen? Sind es nicht diejenigen, die mit dem an Börsen auf hochkriminelle Weise spekulativ zusammengerafften Geld unter der verharmlosenden bezeichneten Privatisierung die ganze von uns allen finanzierte, also volkseigene Infrastruktur, Post, Bahnen, Telekom, Wasserwerke, Grundstücke und so weiter aufkaufen und nachdem das Werk verbracht ist, zulasten aller Menschen die Währung zusammenbrechen lassen, was angesichts der aktuellen Situation nicht mehr lange andauern wird? Sind es nicht dieselben, die in den weltmeiten Medienkonzerne gehören und die bestimmen, was man unter Pressefreiheit zu verstehen hat und was das Volk für Informationen über das gerade genannte bekommt? Kapitalismus und Krieg sind zwei Seiten einer Medaille. Das kapitalistische Wirtschaftssystem beruht auf dem Prinzip der Konkurrenz. Es geht um die bestmögliche Ausgangsposition zur Erzielung des größtmöglichen Profits. Ausbeutung und Expansion sind dem Kapitalismus deshalb innerent. Das Nutzen militärischer Mittel, um die eigene wirtschaftliche Position zu verbessern, den Zugang zu Ressourcen zu sichern und ihre Ausbeutung zu ermöglichen, ist eine Konsequenz der kapitalistischen Logik. Der französische Sozialist Jean Jaury hat das Treffen formuliert. Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Wenn wir also den Krieg überwinden wollen, müssen wir den Kapitalismus überwinden. Dafür lautet mein erster Ansatz, sich von dem Diktat der Amerikaner und der EU zu befreien und amerikanische Nuklearwaffen von deutschem Boden endgültig zu verbannen. Deutschland muss endlich wieder souverän werden und aus der NATO austreten, damit wir nicht Frontstaat und Drehscheibe in einem Krieg gegen Russland oder irgendeinen anderen Staat werden. Angesichts der historischen Verantwortung Deutschlands kann die Antwort letztlich nur in einer Neutralität unseres Landes liegen. Die Schweiz ist dafür ein gutes Vorbild. Und wer da denkt, die Politik müsse dafür in immer wieder neuen Petitionen angerufen werden, der versucht auch nur wieder Verantwortung abzugeben und verkennt dazu noch völlig die Situation. Denn unsere Politik macht das alles erst möglich. Während die Politiker völlig gewissenlos immer neue Kriegsherde schüren und uns darin verwickeln, verstecken sie sich hinter ihrer Immunität. Ich sage, es darf für Kriegstreiberei keine Immunität geben, gerade in Deutschland nicht. Wer zweifelt dennoch ernsthaft daran, dass Wirtschafts- und Finanzeliten mit ihrem Einfluss unsere Gesellschaft lenken? Dass westliche Staaten die Menschen ihrer Gesellschaften fast lückenlos überwachen? Dass die meisten Kriege in die westlichen Staaten involviert waren und sind im Interesse an natürlichen Ressourcen oder geostrategischen Interessen geführt worden? Dass weite Teile unserer Öffentlichkeit manipuliert werden durch wirtschaftsliberale Lobbyverbände, Verbindungen wie INSM, die Bertelsmann Stiftung oder die Atlantikbrücke? Und dass Monsanto, BASF und andere Megakonzerne eine wirklich agrikulturelle und ökologische Bedrohung für unsere Welt darstellen? Unsere Politiker sind heute sehr gut eingebunden in die Aufsichtsräte der Banken und Konzerne und in den Vorständen der verschiedensten Verbände. Nicht um dort unsere Interessen zu vertreten. Sie haben sich schon längst an die meistbietenden verkauft. Was die einfache Erklärung dafür ist, dass alle politischen Entscheidungen in der BRD konsequent gegen die Münsche der Menschen und der Mehrheit des Volkes und gegen seine Interessen gerichtet sind. Und so wird unsere Gesundheit, schon lange überbelastete Lebensmittel, eine verstrahlte Umwelt und neuerdings durch Fracking gefährdet. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Die Politik vertritt unsere Vorstellung von einer gerechten Welt nicht. Und es gibt im sogenannten Bundestag auch keine Opposition mehr. Die Opposition steht hier. Doch nur hier zu stehen wird noch nicht ausreichen, wie die Friedensbewegung in den letzten Jahrzehnten schon zeigte. Denn wie viele Kriege wurden durch Demonstrationen allein schon verhindert? Wir müssen verhindern, dass es möglich ist, dass die politischen Dienstleister der Industrie und gerade auch der Waffenindustrie solche unseren Interessen zu widerlaufenden Entscheidungen überhaupt erst treffen können. Wir brauchen echte Volksvertretungen und keinen Parteien-Sumpf. Ein kluger Mann sagte einmal, man hört oft, das Problem wäre ziviler Ungehorsam. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist der zivile Gehorsam. Unser Problem ist die große Anzahl von Menschen, die dem Diktat ihrer Regierungen folgen und sich sogar für Kriege motivieren lassen. Unser Problem ist der zivile Gehorsam angesichts der Armut, der Dummheit, der Kriege und anderer Verbrechen. Unser Problem besteht darin, dass Menschen Gehorsam sind, sich die Gefängnisse wegen Bagatellvergehen füllen, während die großen Verbrecher die Staatsgeschäfte führen. Das ist unser Problem. Was können wir also tun? Die Entwicklung der Montagsdemonstration hat gezeigt, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die sich einbringen und unser Land neu gestalten wollen, weil sie mit den derzeitigen Zuständen mehr als unzufrieden sind. Wir kommen jetzt an einen Punkt, an dem wir gemeinsam erarbeiten und sagen müssen, wie denn eine Veränderung der Gesellschaft überhaupt zu erreichen wäre. Und damit wir aus dem Reden ins Handeln kommen, damit wir endlich anfangen, unsere Welt neu zu gestalten und zusammen mit allen Montagsdemo-Teilnehmern und Unterstützern, Oppositionellen Gruppen, Vereinigungen und allen interessierten Menschen eine Vision, neue Motivation zu schaffen, ist das Forum Zukunft entstanden. Dieses versteht sich als Plattform des Austausches von Ideen darüber, wie wir unsere Welt haben wollen. Als Grundlage nehmen wir dafür das Grundgesetz und werden es Stück für Stück kritisch analysieren, unsere Ideen einbringen und verbessern, bis es eine Qualität hat, die wir zur Volksabstimmung gemäß Artikel 146 stellen können, um damit eine unabänderliche Verfassung zu schaffen, die ausschließlich den Willen des Volkes in sich trägt. Das Forum Zukunft wird sich zu Beginn regelmäßig in Leipzig treffen und seine Arbeit beginnen. Dazu sind alle Menschen, die aktiv mitgestalten wollen, herzlich eingeladen. Gern dürfen andere Regionen sich anschließen und auch eigene Foren organisieren, damit wir allen Menschen im Land die Möglichkeit geben können, ihr Land aktiv mitzugestalten. Und genau das wollen wir tun. Deutschland neu denken, neu gestalten, jetzt handeln. Und dazu möchte ich gerade auch diejenigen einladen, die 1989, wie ich selbst erleben mussten, wie aus unserem Slogan, wir sind das Volk, wir sind ein Volk gemacht wurde und wie Menschen den Verführungen der damaligen Machthaber nur allzu leicht nachgaben. Und wenn diese Menschen sich daran erinnern, dass wir das alles damals so nicht wollten, dann rufe ich ihnen zu, stellt euch jetzt hier zu uns und ändert etwas daran. Denn dann ändert sich wieder ein Slogan und aus, was kann ich denn machen, wird, wir ändern das gemeinsam. Da rufe ich jetzt alle Menschen in Leipzig und auch in allen anderen Städten auf, sich daran zu erinnern, wie es ist, sich füreinander zu interessieren, Hilfsbereitschaft zu zeigen und gemeinsam etwas zu verändern. Nur gemeinsam geht es. Ich richte meine letzten Worte an alle, die, die anders denken. Die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die Querdenker, die, die sich in kein Schema pressen lassen, die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln und sie haben keinen Respekt vor dem Status Quo. Und während einige sich für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.